hallo und ein recht herzliches wirkung auf mein kanal hier ist mal wieder maximus begrüßt euch seiner weiteren folge ist in thias wir suchen immer noch unser fahrzeug ja ihr wisst es ja wir wollen ja drei vier fünf fahrzeuge im bereich bundeswehr uns aussuchen ihr sollt quasi mit abstimmen und deswegen kommt jetzt die ganzen tage immer so ja wie dieser man kat 1 6 6 genau so heißt er und wir machen da immer so einen kleinen test ich habe den eigentlich so vorausgesagt der könnte eventuell ein bisschen holz transportieren oder machen wir mal an und man könnte den sogar hier aus dem cockpit fahren aber toll ist das nicht wir können ja mal kurz probieren oh handbremse doll ist das nicht wir gehen mal raus und wir probieren mal wie dieser wagen sich hier schlägt ohne allrad erst mal sieht das nicht herrlich aus naja die kamera ist wirklich sehr sehr komisch ich weiß es aber ich kann es nicht ändern ja das ist wirklich so das ist einzig große manko an diesem spiel dass es erstmal keine innenperspektive gibt und dass die kamera doch sehr sehr gewöhnungsbedürft hier ist aber das sind ja auch alles mods wir fahren jetzt erstmal ohne allrad ohne differenzial versuchen wir mal den berg dort hinten hoch zu kommen ihr kennt es ja wahrscheinlich schon und der macht auf jeden fall ordentlich banane muss ich sagen so wo geht es denn lang jetzt aufpassen der zieht aber richtig und jetzt hoch oh ja das ist ja hinten ganz schön schwer da merkt man dass da vorne gar nicht richtig rumkommt merkt da geht doch bestimmt noch ein bisschen mehr hier der will nicht rum der will einfach nicht rum der ist vorne einfach zu leicht rückwärts fahren war immer noch nicht meine starke ok dann probieren wir es jetzt jetzt kriegt das hin und jetzt hängt da die drehen die drehen durch ok dann machen wir mal ein Allrad rein mal sehen ob er es dann kriegt ok wir machen mal den ersten gang oh ja da zieht er ohne problem oh differenzial und dann läuft das mit ladung einsame spitze das macht er gut aber der hat auf jeden fall ordentlich zu tun man merkt es ich will gar nicht hier anhalten sonst ich glaube das schaffen wir sonst gar nicht eieieieiei oh die kamera die ist echt die ist echt nicht einfach die kamera und jetzt langsam runter Wir müssen da drüben ins Wasser. Weil wir wollen ja noch ein bisschen durchs Wasser fahren. Also die Ladung, die hat es auf jeden Fall in sich. Ich denke aber, der hat es ganz gut gemeistert. Und jetzt durchs Wasser hinten nochmal, durch das morastige Boden da, den Modder. Oder das Moor. Sie sieht schon cool aus. Uiuiuiui, der geht aber ordentlich tief. So, raus ist er. Was ist denn jetzt mit dem los? Warum will er nicht fahren? Ich wollte jetzt das normale reinmachen. So, jetzt. Ich habe mal alles wieder ausgemacht, um zu sehen, wie weiter er jetzt kommt. Ja, mit der Kamera. Ich kann es auch nicht ändern. Die ist wirklich sehr, sehr nervig. Aber da merkt man gleich, wie er vorne irgendwie nicht richtig zieht. Also, dass er richtig leicht ist. Und jetzt. Mit vollem Schwung. Gut gemeistert. Aber jetzt hört es langsam wieder auf. Oh, sieh. Oh, jetzt. Jetzt wird nichts mehr. Wir machen mal alles. Bittes rein. Oh, was für einen Schwung hat der jetzt. Oh, herrlich. Wo müssen wir lang? Eieieiei. Ja, macht eigentlich ganz gut. So. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle hier einfach Maus. Und schauen mal, welche Fahrzeuge bei euch dann in der Abstimmung die Fahrzeuge der Wahl sind. Oh, so. Mensch, das geht ja. Ich hupe immer. Und ja. Wie gesagt. Der MAN. Cut 1. 6 mal 6 war das jetzt. Ich glaube, ja. Ja. Steht natürlich jetzt gut da. Der hat auf jeden Fall gut gearbeitet. Wurde mir auf jeden Fall zusagen. Ich mache dann aber an dieser Stelle einen Fisch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020